Hallo Leute und willkommen zu einem etwas anderen Video. Ja, ich glaube das war jetzt irgendwie sehr wahrscheinlich, dass jetzt so ein Video folgt, nachdem man wahrscheinlich die letzte Foot-Folge gesehen hat. Ja, ich habe mich jetzt dazu entschieden, vorerst, ich bringe es gleich auf den Punkt, erst mal das Foot-Let's Play auf Eis zu legen und eine unbestimmte Pause zu nehmen von dieser Serie. Ja, ich bin mir im Klaren, dass die Serie natürlich eine der beliebtesten, wenn nicht sogar die beliebteste natürlich auf diesem Kanal ist, weil sie nicht nur die meisten Likes bekommt, sondern halt auch die meisten Aufrufe generiert und so weiter und generell dürfte die Entscheidung wahrscheinlich den meisten jetzt zwar klar sein, aber es gibt wahrscheinlich einige, die das nicht ganz nachvollziehen können, warum ich das mache. Es ist ganz klar, also es war nicht nur das letzte Spiel, was wir jetzt halt hier am Sonntag gesehen haben oder am Freitag oder sonst was. Es ist einfach, ich bin momentan wirklich äußerst unzufrieden mit der Serie. Ich bin so unzufrieden mit der Serie, wie ich schon sehr, sehr lange nicht mehr. Ich habe dieses Jahr meiner Meinung nach schon eine sehr, sehr gute und auch teils lange Phase gehabt, wo ich schon Spaß am Spiel hatte, wo man, denke ich mal, das auch mitbekommen hat in den Folgen, wo ich dachte, ja, scheiß aufs Spiel, es macht Spaß, passt schon dann, also nicht das Spiel, sondern generell Video machen halt und dann, ja, passt das schon und die Phase ist momentan leider komplett vorbei und ich muss sagen, ich habe ehrlich gesagt null Bock, dieses Spiel zu spielen, wo ich meine, dass ich dann am Ende gar keinen Motivationsfunk mehr habe, überhaupt mich hinzusetzen und aufzunehmen. Und es war jetzt die letzten Tage schon krass, ich habe die Freitag- und Sonntagfolge in einem Rutsch erst dann aufgenommen, wo es somit der allerletzte Zeitpunkt war, dass ich aufnehmen hätte können und das ist für mich ein Anzeichen, dass ich aktuell keine Motivation habe, diese Serie weiterzuführen. Die Punkte sind klar, ich mag FIFA 15 vor allem den Ultimate Team Modus überhaupt nicht, das ist eines der schlechtesten Spiele, was ich jemals in meinem kompletten Leben gespielt habe und ich habe schon einige große, beschissene Scheiß-Titel gespielt in knapp, naja, sagen wir mal 17 Jahren oder so. Ich meine, gut, mit vier Jahren anfangen ist jetzt nicht so, fünf Jahre, ihr wisst schon, irgendwann halt vor 17, 16 Jahren habe ich nochmal angefangen mit Videospielen. Trotzdem, ich habe nichts gegen die Leute, die sagen, FUT macht denen Spaß oder generell, dass FIFA ihnen Spaß macht. Ich will da auch gar keine Meinung stören, ich will einfach nur sagen, wie ich das empfinde und so ist es nun mal. Ich finde, FUT ist eines der schlechtesten, nee, ist das schlechteste FUT, was ich jemals gespielt habe und noch viel schlechter als FIFA 14 Ultimate Team, wobei ich dachte, dass es gar nicht mehr geht, aber es geht anscheinend und es ist auch nicht irgendwie, weil ich momentan, keine Ahnung, null Bock habe. Ich denke mal, man kriegt trotzdem mit, dass ich Spaß am Karriere-Modus habe oder halt an Two-Heads, was jetzt gerade als einziges noch kommt. Und diese Kreativpause möchte ich jetzt einfach mal nehmen, um zu schauen, was jetzt so kommt. Ich habe noch eine Serienplanung, die dann hoffentlich bald kommt, da wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen mehr dran geackert als vorher. Auch wenn ich dann noch ein bisschen Zeit nehmen wollte, damit ich ein bisschen mehr daraus machen kann. Das, was ich da meine, werde ich dann aber auch erst in der Serie selbst erfahren. Sonst, ansonst möchte ich natürlich schön meinen zweiten Kanal pflegen, der jetzt richtig durchgestartet ist mit dem Football Managers Play. Beschreibung habt ihr ja wahrscheinlich schon gesehen, ist der Link halt drin. Dort habe ich auch richtig Spaß, also es liegt nicht an einer generellen Unzufriedenheit. Man merkt, denke ich mal, dass wenn ich nicht FUT spiele und es gerade nicht läuft, dass ich größte Motivation habe, Videos zu machen. Und das macht ja heute auch irre Spaß und ich muss mich, glaube ich, auch nicht rechtfertigen dafür, sondern einfach nur, dass FUT ziemlich beschissen ist und ich momentan keinen Bock habe, mir die Scheiße zu geben. Das soll jetzt von Geflame für FIFA 15 sein. Ich möchte jetzt einfach mal sagen, was jetzt noch so kommt. Also FUT wird jetzt erstmal gestrichen. Das heißt, sonntags, montags, mittwochs und freitags wird es keine FUT-Folge geben. Das heißt, viermal in einer Woche ist FUT finito. Sind es wirklich vier? Montag, Mittwoch, Freitag, Sonntag? Okay. Dafür wird Two Heads, was normalerweise am Donnerstag kommt, auf den Mittwoch geschoben. Dann haben wir zumindest den Tag schon mal. Und ja, was dann am Sonntag und Montag ist, habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich möchte natürlich trotzdem noch Videos machen. Geil, ihr Modus kommt genauso, wie er immer noch auf dem Upload-Kalender steht. Der wird jetzt auch hoffentlich aktualisiert. Ich muss mir das mal aufschreiben, sonst vergesse ich das. Das wäre nicht so gut, wenn ich das vergesse. Und dann sage ich, ja, ja, wird gemacht. Und dann am Ende kommt dann nichts. So, Kalender. Ansonsten, ich werde versuchen, noch ein paar Videos so zu bringen, die halt ein bisschen gequatscht enthalten. Das, was halt am entspannendsten ist. Ich habe mir auch schon überlegt, vielleicht strukturiere ich das alles um und das FUT-Let's-Play geht komplett weg, finito. Und wir machen es dann halt einfach so, dass wir Pack-Openings bringen, also reine Pack-Openings. Squad-Bilder mit anschließenden Spielen, weil ich glaube, es gibt viele, die sagen, fuck, das Team, was er gebaut hat, sieht schon echt nice aus. Warum macht er nicht echt ein Spiel? Ich habe keinen Bock, zwei Tage zu warten und so weiter. Gibt es bestimmt des Öfteren und ich glaube, da hätte das auch fast. Ich habe mir auch schon überlegt, vielleicht packen wir es jetzt zurückzubringen, wo dann FUT komplett wegfallen würde. Momentan steht diese Entscheidung nicht fest. Es ist momentan nur Pause. Nur Pause, kein Wegfall bisher. Und ihr könnt mir ja mal ruhig schreiben, was ihr am liebsten sehen würdet. Also ich glaube, diese Idee, dass ich das FUT-Let's-Play komplett beende und dafür halt einzelne Sachen bringe, wie Pack-Openings in einer Folge, wo man dann auch richtig entspannt drehen kann und nicht halt mit so Sinnen von wegen, ja, den habe ich jetzt gezogen, den könnte ich jetzt in der nächsten Folge einbauen, sondern halt einfach, den habe ich gezogen, das ist schön und gut, das war es dann aber auch damit. Und halt bei Squad-Bildern, dass ich dann sage, ja, wir machen jetzt das und das Team perfekt durchdacht und dann spiele ich danach und schneide es dann halt zusammen. So dann halt zum Beispiel. Oder dass wir dann einfach ähnlich wie früher oder halt wie auch dieses Jahr schon mit All-School-Team-Building was machen und dann halt so etwas zusammengeschnittenes von den Spielen her danach reinpacken. Also, ich glaube, der Max von Max Gaming TV, großer an dieser Stelle, hat so eine ähnliche Serie, ich glaube, die heißt Seven-Minute-Squads oder so. Da baut er sich, glaube ich, in sieben Minuten einen Squad zusammen, was er sich, glaube ich, so aus dem Kopf zusammenbastelt und macht danach halt auch die Spiele. Also, so etwas Ähnliches. Gut, meine Old-School-Team-Buildings haben immer so 300 Minuten gedauert. Also, ich glaube nicht, dass ich das so hinkriege, aber damit halt auch dort die Kreativität vorhanden bleibt. Ansonsten halt so etwas wie, ich baue mir ein Team, sechs Ligen, vier Nationen und dann baue ich das und danach sage ich dann, nachdem ich da Spielszenen reingeschritten habe, wie ich das finde. So etwas zum Beispiel. Packen wir es, ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein, ob das Sinn hätte. Ich würde es dann, wenn ihr sagen würdet, ja, fuck, macht das ruhig mal, dann ist mir das Footage-Player auch egal. Ich würde es definitiv probieren. Ich würde es anfangen aufzunehmen auf meinem zweiten Account und dann würde ich entscheiden, ob mir das gefällt oder nicht. So einfach wäre es halt einfach so. Material ist immer da, Ideen sind immer da. Ich hätte auch die Motivation, daran würde es nicht scheitern. Es würde einfach daran liegen, ob die Serie läuft oder ob es nicht läuft. Also jetzt nicht von den Ergebnissen her oder so, sondern einfach nur, ob ich jetzt sage, ja, das macht Sinn oder ob wir jetzt irgendwie nur die ganze Zeit mit irgendwelchen Kackspielern rumtunken. Das wäre auch irgendwie doof. Also das von dieser Stelle ansonsten. Und ich denke mal, ich denke mal, eigentlich jeder kann es verstehen. Also es ist mir auch klar, wie gesagt, dass die Serie die beliebteste ist. Weil damit hat auch alles angefangen. Nur ich glaube nach jetzt vier Jahren, drei Jahren, dreieinhalb Jahren, kann man auch ruhig mal ein bisschen umdenken. Und letztes Jahr war es schon hart, die Motivation komplett durchzuhalten. Denn ich habe ja letztes Jahr eigentlich auch aufgehört, also mit der Last-Gen, da war das ja auch schon so schlimm. Und ich habe keinen Bock, mir das anzutun. Also es liegt natürlich größtenteils nicht nur am Spiel, sondern natürlich auch an der Community, die von Jahr zu Jahr schlechter wird, wenn da jeder dann halt mit Pace, 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 Pace spielen muss. Und dann halt da 50 Meter über einen Platz rennen muss und so weiter. Das ist halt normal leider so. Aber es sind halt auch irgendwie den Spaß weg. Also Arschlöcher gibt es überall. Also es ist jetzt egal, ob es bei FIFA ist, Battlefield, Call of Duty, sonst irgendwas. Auch bei Formel 1 gibt es welche, die dann alle wegcrashen online. Das gibt es überall. Das ist jetzt nicht der größte Kritikpunkt, aber es ist auch einer. Weil dieses Spiel entwickelt sich in die komplett falsche Bahn. Und das kann ich nicht gut heißen. Und ich habe immer noch mein Prinzipien. Das ist, ja, ich weiß, es ist ein bisschen schlimm bei mir. Aber ich habe auch keinen Bock, da jetzt mich auf das Niveau herunter zu begeben und dann auch irgendwie Spiele wie Ibarbo oder so zu benutzen. Das ist nicht mein Stil. Und ich möchte mir dann auch ein bisschen selbsttreu bleiben natürlich. Weil ich habe dann echt null Bock, dass ich mir dann sage, super, schau dir mal an, was aus dir geworden ist. Früher immer rumgemeckert wegen Ibarbo und so weiter. Und jetzt benutzt es selber. Das möchte ich nie von mir sagen. Und selbst wenn ich dann nicht die Spielmechaniken abusen würde und mit Ibarbo ordentlich spielen würde, also so ordentlich, wie ich es gehen würde, würde ich es trotzdem glaube ich nicht gut heißen für mich selber. Und ich möchte glücklich mit meinen Videos sein. Und dann ist es eigentlich auch so, dass alle anderen am glücklich sind. Ja, also, ja, das war's. Mit Foot wird jetzt also erstmal eine Pause eingelegt. Die anderen Serien kommen selbstverständlich weiter. Upload-Kalender in der Videobeschreibung wird dann aktualisiert. Damit ihr dann auch einen Überblick habt. Ansonsten schaut auf meinem Zweitkanal weiter durch. Football Manager Let's Play ist halt, wie gesagt, jetzt schon in der neunten Folge. Ich glaube, neunte Folge kommt am Samstag und das Video kommt Montag. Ja, das müsste passen. F1 kommt dann bald. Also Formel 1 2014 habe ich schon ein bisschen Rohmaterial aufgenommen. Schon ein bisschen getestet. Funktioniert gut. Und ich glaube, wenn ich da so ein bisschen Abstand von Foot kriege, kann ich jetzt auch vielleicht bei wirklich das Stream anfangen, weil das wünschen sich auch viele. Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, dass Streams halt wirklich so gewünscht werden, tun hätten können. Aber werden sie. Und ja, warum nicht, ne? Also ich sehe das ehrlich gesagt alles sehr positiv, weil durch die, ja, ich möchte nicht sagen, Druck durch diesen, durch dieses fehlende Foot-Komponenten-Ding kommt ein bisschen mehr Kreativität, glaube ich, rüber. Und die möchte ich dann halt nutzen. Wie gesagt, es kann auch sehr gut sein, dass wir dann einfach sagen beim Team of the Year, fuck, auf einmal ist wieder Spaß da, dann geht's weiter. So einfach ist es. Aber ich möchte auf jeden Fall jetzt erstmal ein bisschen runterkommen. Ich habe jetzt seit einer Woche, das ist jetzt, das ist eine Woche her seit dem Spiel. Kommt, glaube ich, hin. Also mich stört das letzte Spiel jetzt auch gar nicht mehr. Das hat absolut, es hat 0,5% Einfluss in diese Entscheidung. Nur damit ihr das versteht ansonsten, ja. Wie gesagt, schreibt mir einfach mal, was ihr noch sehen wollen würdet. Also ich habe ja ein paar Vorschläge gemacht, wie das so unterschiedlich sein könnte mit den unterschiedlichen Serien, wie das dann halt trotzdem weiterleben könnte mit Pack-Opening, Squad-Bildern und so weiter. Was wir halt immer gemacht haben. Im Prinzip war es ja einfach nur so, nur dass es halt fortlaufend war, ohne größeren Abstand. Es gab halt immer so, so möchte gern Eras, von wegen jetzt haben wir nur Ibra-Teams, dann haben wir nur 4, 3, 2, 1 Teams gehabt, dann hatten wir Anfangsphase, dann hatten wir Billig-Phase, dann hatten wir Teure-Phase, Legend-Phase, ihr wisst schon, ne. Es waren halt irgendwie nur Kapitel. Ich glaube, viel würde sich dann nicht ändern. Nur halt, dass es ein bisschen aufgepeppter wird. Naja, das war es von mir. Ich hoffe mal, ihr könnt meine Entscheidung verstehen. Glaube aber schon. Und schreibt es mir ruhig in die Kommentare, was ihr sehen möchtet, was ihr von meiner Idee haltet. Und ansonsten, ne, sehen wir uns morgen beim Karrieremodus. Dienstag Karrieremodus, Donnerstag Karrieremodus, Samstag Karrieremodus. Mittwoch kommt halt wie gesagt Two Heads. Nicht mehr am Donnerstag. Und was dann halt Sonntag, Montag kommt, Freitag natürlich auch, werden wir sehen. Freitag kommt dann wahrscheinlich nichts, weil ich glaube, so schnell kriege ich das nicht hin. Vielleicht aber auch doch. Werdet ihr dann sehen. Wenn nicht, verfolgt mein... Was war das? Ich habe keine Ahnung, was das war. Das war hinter mir. Hinter mir ist eine Wand und das war es. Okay. Ansonsten folgt mein Twitter-Account. Da informiere ich eh euch immer über alles und poste alles. Also ich werde jetzt auch am... Ja, warte. Es ist 18.16 Uhr am... 1. Januar werde ich dann auch schreiben, dass ich dann am Montag dieses Video rausbringe, damit ihr dann halt wisst, dass man dort die Information als erstes bekommt. Ich sollte mir glaube ich eine Facebook-Seite machen. Ich glaube, das ist ganz nichts. Das ist keine schlechte Idee. Ansonsten, ja, wir sehen uns dann, wie gesagt, Dienstag. Bis dahin. Tschö.